Die ersten Sätze. Da gibt es ja Kollegen, die leiden ja, die sterben ja fast. Die sterben fast. Was glauben Sie, die Toilette ist beim Theater dann immer belegt. Solange sie nur belegt ist, das ist ja totales Sinn. Nein, nein, das nimmt Gott sei Dank nicht. Wobei auch da gibt es Kollegen, die sich ja vorher übergeben müssen. Ja, ich weiß schon, die so Lampenfieber haben. Es gibt ja berühmte Kollegen auch, die so unter Lampenfieber litten und dann zum Alkohol gegriffen haben. Das wurde dann immer mehr. Ja, das ist natürlich da in dem Fall nicht die Lösung. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo also dann Ende da ist, wo das nicht mehr geht. Ist ein großer Unterschied zwischen Film, Fernsehen und auf der anderen Seite Theater eben nicht nur, dass man es da nur einmal machen kann, dass man es da am Stück machen muss, sondern auch, dass man beim Theater mehr machen muss, also schon von der Mimik, von der Gestik her. Es ist übertragen, natürlich logisch. Du darfst beim Fernsehen natürlich, wenn du drehst, nicht so viel machen, wie du auf der Bühne machst. Sonst kommst du ja nicht über die Rampe. Ich sagte mal, also das war so schön, ein Intendant auch, der sagte dann, wir hatten einen jungen Mann da, ich war damals auch noch nicht so alt, und der hatte schon so ein paar Fernsehen gemacht. Und bei der Kritik kam dann ein schöner Satz von dem Regisseur. Er sagte, wissen Sie was, Sie sind natürlich bis zur Wirkungslosigkeit. Oh, das war hart, oder? Aber er hatte recht natürlich. Ich meine, du kannst nichts dafür, hast du die Ausstrahlung oder nicht. Okay. Du musst ja über die Rampe kommen. Ich habe mal von einem Filmkollegen gehört, der Clint Eastwood bei der Arbeit beobachtet hat, beim Drehen. Und er hat sich gedacht, das soll jetzt so ein großer Schauspieler sein, der macht überhaupt nichts, der steht nur da und verzieht, da kommt eine Mine. Und dann hat er es eben im Film gesehen, und es war großartig. Natürlich, du darfst beim Drehen nicht zu viel machen. Fällt Ihnen das schwer, sich da jeweils umzustellen? Also von der Bühne vor die Kamera, von der Kamera auf die Bühne? Nein, eigentlich nicht. Man hat sich daran gewöhnt, sagen wir mal. Die ersten Male schon ein bisschen, nicht? Der Homer Simpson, den Sie ja nun fast seit 20 Jahren geben, war das wirklich so ein großer Glücksfall? War Ihnen das von Anfang an klar, dass das so ein Riesending werden würde? Nein, von Anfang an überhaupt nicht. Wir haben ja nie gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Wir waren ja selber dann platt, dass es immer weiter lief. Und dass das die Erfolgsserie dann wurde, nicht? Wie haben Sie die Rolle gekriegt? Ganz normales Casting? Jetzt kann ich Ihnen natürlich sagen, aber das ist natürlich ein kleiner Gag, den ich aber schon so oft verbraten habe, dass ich ihn eigentlich nicht nochmal sagen würde. Sagen Sie es ruhig nochmal, es ist ein guter Gag. Naja, im Ernst gesagt, natürlich, weil ich Schauspieler bin und weil ich sehr viel synchronisiere auch. Und im Spaß gesagt, wir haben einen Typen gesucht, der so ähnlich auszieht. Ganz gelb sind Sie nicht. Aber wie läuft das bei solchen Castings ab? Also kommen dann mehrere, sind da viele, die sich um so eine Rolle bewerben? Oder wird man da ausgesucht von vornherein? Man wird von vornherein schon ausgesucht, aber es sind ein paar, sagen wir mal, die zur Diskussion stehen. Den Simpsons Erfinder, den Matt Groening, den haben Sie auch kennengelernt? Nein, den habe ich nie kennengelernt. Nicht? Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass der sich das angeguckt hätte am Anfang und so begeistert gewesen wäre. Ja, aber ich habe ihn nie kennengelernt persönlich. Das hat er in Amerika zu ihm angeschaut wahrscheinlich dann. Okay. Nie irgendwie eine Kritik gehört von ihm? Nein. Wie läuft es jetzt bei der konkreten Arbeit ab? Ihr schaut euch ja da nicht die ganze Folge an. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Text zerschnittener Film. Kleine Passagen. Ihr sitzt wo? In der kleinen Kabine? Nein, wir stehen vor dem Mikrofon. Ihr steht? Wir stehen vor dem Mikrofon. Man kann im Sitzen nicht so agieren, wie man... Das geht nicht. Da wird richtig agiert. Ich kann Kommentar sprechen oder solche Dinge. Da sitze ich gern. Aber wenn ich oben das sehen muss, du hast eine andere Spannung. Wie lang sind die Schnipsel, die Sie da am Stück sehen? Das kann manchmal, ja, wie sie reinkommen, wenn der Kater reinkommt, beim Schneiden, also kann bis zu fünf Zeilen gehen. Worauf kommt es an? Was ist wichtig, gerade bei einem Zeichentrick? Sie haben vorhin schon gesagt, man muss schnell sein. Das überhaupt beim Synchron. Ja, man muss schnell sein und schwer zu sagen. Das ist... Du musst es eben... Du musst es fühlen. Du musst es fühlen. Aber ich stelle es mir noch schwieriger vor, sich in eine Zeichentrickfigur hinein zu versetzen, auch in die Stimmung zu bringen, in der Homer, in der Situation gerade ist, als in einen realen Schauspieler, wenn man es synchron macht, oder? Es ist schwieriger, natürlich. Aber ich habe erstens, weil ich ja den Originalton zuerst, weiß ich schon, was los ist. Dann habe ich ja einen Regisseur hin, der meistens ja auch den Text geschrieben hat und der also genau weiß, weil ich habe ja das Buch nicht vorher. Ich komme ins Atelier und kann vorhin den Waschzettel lesen und dann weiß ich ungefähr, was los ist und dann geht es los. Welche Szenen sind die schwierigsten? Die Scheißszenen nicht mal, aber wenn dann so komische Laute dann von sich... Sind Sie da eigentlich ganz nah am Original dran oder haben Sie sich da eine eigene Sprache überlegt für den Homer? Nein, da haben wir uns schon eine eigene Sprache überlegt. Wir haben gesagt, den können wir nicht so normal sprechen, der muss ein bisschen anders sprechen. Und das war ja mein Glück. Klar, deswegen ist es so prägnant. Ja, sonst wäre ich ja für sämtliche anderen Sachen gestorben gewesen. Dann würde jeder sagen, oh, das ist Homer, nachdem das so eine Erfolgsserie ist. Sind diese Rollen eigentlich seit fast 20 Jahren alle mit denselben Schauspielern besetzt? Ja, außer sind wir hier gestorben. Okay. Und das passierte ja auch das Schöne, nachdem bei uns drei Opas in der Serie gestorben waren. Und es kommt ja sofort, wenn eine andere Stimme drauf ist auf einer der Figuren, kommen sofort die Anrufe an den Sendern, wieso, warum, weshalb. Die Fangemeinde ist also da ungeheuer wach. Ja, das ist ein Riesen-Riesen-Fan. Ja, das ist Wahnsinn. Die sind also da sowas vor. Wieso ist da eine andere Stimme drauf? Geht sofort los. Ja. Und nachdem, wie gesagt, der dritte Opa bei uns gestorben war, sagte dann der Ivar Kornbrink, leider auch inzwischen totes, der die Regie hatte, sagte dann, sag mal nochmal, kannst du nicht deine Stimme so verstellen, dass du den Opa auch noch sprichst? Da habe ich gesagt, können schon, aber wollen nicht. Ich wollte noch ein bisschen hierbleiben. Nomen es Toren. Großes Gelächter? Natürlich, logisch. Ich habe mich mit dem Volker Brandt, der ja den Michael Douglas synchronisiert, mal darüber unterhalten, über Synchron an sich. Und er hat gesagt, die schwierigsten Szenen sind die, in denen sich die Menschen ganz normal unterhalten. Weil dann kommt raus, ob in der Stimme wirklich was Gutes ist. Das ist richtig. Sehen Sie es auch so? Ja, ja, das ist richtig. Das stimmt. Was das Schwierigste ist, wenn du also irgendeinen Schrottfilm, muss ich jetzt wirklich dazu sagen, wir hatten da ein paar südamerikanische, die waren also wirklich, naja. Es ist nichts schwieriger, als schlechte Schauspieler zu synchronisieren. Wenn nämlich nichts vorgeht. Und das Thema ist aber, und der Text ist alles, da sollte aber was vorgehen. Was aber für den Zuschauer oder für uns Zuschauer wahrscheinlich noch schlimmer ist, wenn es gute Schauspieler sind, die schlecht synchronisiert sind. Ja, und das erlebt man ja heutzutage auch. Aber eigentlich selten. Ja? Ja, im Grunde genommen, ja gut, das kann passieren. Also natürlich nicht bei ganz großen Produktionen. Nein, 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 habe ich auch schon erlebt. Aber wie gesagt, das ist schwierig. Denn da muss der Regisseur immer dann sagen, nee, dann nicht. Ist eigentlich jeder große Schauspieler auch ein großer Synchronsprecher, ein großer Synchronschauspieler? Nein. Was ist der Unterschied? Also warum kann das der eine und der andere kann es nicht, obwohl er ein guter Schauspieler ist? Was du dazu haben musst, ist im Grunde genommen eine irrsinnig schnelle Reaktionsfähigkeit. Und wenn du die nicht hast, kannst du synchronisieren vergessen. Ja, wirklich wahr. Achtung, eins, zwei, drei, schon das Bild da. Und du musst genau sofort drauf sein, du musst die Zäsuren sehen. Und wenn bei zwei noch eine Änderung kommt, dann bist du auf drei Stunden, also wie gesagt, Reaktionsfähigkeit musst du irrsinnig haben. Im Endeffekt musst du ja fast wie ein Spitzensportler antizipieren können, auch schon vorwegnehmen, was jetzt in den nächsten Zehntelsekunden, Sekunden passiert. Ja, ja, sicher. Kriegen Sie eigentlich viel Fanpost? Ja, ziemlich, ja. Von diesen Hardcore-Fans? Ja, ja, viel. Fanpost ist irrsinnig. Ich kann auch erzählen, die haben mich nach Hamburg geholt. Da gibt es so in der Frühsendung beim Radio. Ja. John Ment. Aha. Und die haben mich als Co-Moderator geholt, das ist schon ein paar Jahre her jetzt. Die Hälfte als Homer und die Hälfte dann ich. Ja, tolle Idee, ja. Ja, und dann haben sie eine Homepage von der Sache gemacht und haben mir dann geschrieben, das haben sie noch nie erlebt. Es haben sich 15.000 eingeklickt. Und das in warm Hamburg. Stimmt es, dass nachts um halb zwei auch schon mal Anrufe kommen von Fans? Ja, das kam einmal vor, muss ich dazu sagen. Einmal. Das ist eine Sensationsgeschichte, ja. Einmal, gut. Du denkst natürlich, nachts um halb zwei, wenn dich jemand anruft, oh Gott. Oh Gott, ja. Was ist passiert? Und dann war ein junger Mann dann? Entschuldigung, bitte. Ich habe heute Geburtstag. Und ich wollte einmal mit Homer sprechen. Was machst du dann? Konnten sie nicht böse sein? Nein, konntest ja nicht böse sein. Und dann haben sie ihm den Homer gegeben. Naja, natürlich habe ich ihm ein paar Worte gegeben. Aber was sollst du denn machen? Na klar. Naja, ich meine, wenn es so nett ist. Aber die schönste Geschichte, muss ich dazu sagen, mit Fan-Geschichten ist, rief ein junger Mann bei uns an und sagte, Entschuldige, wir machen gerade Abitur und wir haben eine Abiturfeier. Unsere Deutschprofessorin ist ein ungeheurer Homer-Fan. Wäre es denn möglich, wenn wir sie von der Abiturfeier ganz im Geheimen anrufen, auf dem Handy und dann unsere Deutschprofessorin ranholen, wäre denn das möglich? Dann habe ich gesagt, na gut, okay. Ja, weil die Idee ist an sich nicht sehr süß. Ja, natürlich. Wie hat die reagiert dann? Die wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Die hat richtig gestottert. Was Homer so alles anrichten kann. Ja, ja, sie war völlig baff. Wenn man sie so sprechen hört, Herr Gastel, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Satz wirklich zutreffend ist, ich höre mich gar nicht so gerne. Das ist doch Koketterie, oder? Nee, 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 nee. Warum? Man muss es nicht falsch verstehen, wenn ich mich unterhalte. Ja. Also das tue ich gerne, da rede ich auch gerne. Ja. Aber ich höre mich nicht gern vom Bildschirm runter. Warum? Ich weiß es nicht. Weil Sie Fehler entdecken, weil Sie sich denken, das hätte ich dann auch mal besser machen können? Ja, das ist, nee. Nee, also ich bin kein Narziss in der Beziehung. Da gibt es ja viele von. Oh ja, da gibt es ja viele. Die sich in der eigenen Stimme suhlen. Ja, nee, nee. Den anderen muss es gefallen. Und denen gefällt es ja. Und nicht mir. Gab es eigentlich irgendwann mal eine Rolle, mit der Sie nicht zurechtgekommen sind? Also jetzt gerade eine Synchronrolle, wo Sie gesagt haben, den kriege ich nicht hin. Im Synchron eigentlich weniger, denn dann bist du gar nicht besetzt damit. Nee, im Synchron nicht, nee. Am Theater ist es mir mal passiert, ja. Wen haben Sie am liebsten gemacht? Neben Homer Simpson natürlich. Oh Gott. Jetzt muss ich wirklich sagen, jedem, der gut ist. Ja. Wer ist gut? Wer ist richtig gut? Ja. Christopher Plummer natürlich. Ja, für Christopher Plummer sowieso. Aber wie gesagt, ich kann es gar nicht mehr erinnern. Es sind zu viele. Sehen Sie das sofort? Also Sie synchronisieren einen Schauspieler, den Sie vielleicht bis dato noch nicht so gut kennen. Sehen Sie sofort, der ist gut? Oder? Das merkt man sofort. Ja. Also es kommt runter. Also ich finde es jedenfalls. Ja. Also es kann nicht sein, dass einer eigentlich gut ist und die Rolle ist vielleicht nicht so doll. Nee, nee, nee. Gut, das kann auch passieren natürlich. Dass einer gut ist und die Rolle vielleicht nicht so gut ist, aber da kann er nichts dafür. Deswegen muss er sich ja nicht schlecht spielen. Der nächste Satz lautet, ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf und setze ihn auch gerne durch. Nichts. Ja. Sie überlegen? Ja, ich überlege gerade. Na gut, ich weiß, was ich will. Schon immer? Immer schon. Sie haben ja auch damals... Es ging ja schon los, als ich die Schule geschmissen habe. Eben, wollte gerade darauf zurückkommen. Ja, ja, ja. Ohne Wissen Ihrer Eltern? Ja, meine Eltern waren geschieden. Ich lebte bei meiner Mutter. Und die bekam eines Tages einen Brief von der Schule, wieso ich dann seit vier Wochen nicht mehr auf der Schule sei. Und da war ich erst vier Wochen auf der Schauspielschule, ohne dass sie... Da waren Sie 15? Nee, da war ich schon länger älter. Ja, das war 48 schon. Na gut, dann waren Sie 16,5 oder so. Naja, so 17 rum. Was hat Ihre Mutter gesagt? Wie hat die reagiert? Eigentlich gut. Ja? Sie meinte, es wäre besser gewesen, ich hätte die Sabidur gemacht noch, aber wie gesagt, das hat durch die Christzeit, durch all diese Dinge, die damals passiert sind und so, hat sich das wirklich so ergeben dann, nicht? Was ja auch extrem spannend ist in Ihrer Biografie, Sie sind ja nicht in Deutschland geboren, sondern in Argentinien. In Argentinien, ja. Und waren da bis Sie acht oder neun waren? In neun Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, ja. Was für Erinnerungen haben Sie an die Zeit in Argentinien? Nicht mehr so sehr viel, muss ich dazu sagen. Dazu ist dazwischen zu viel geschehen, dass man das noch so genau weiß, aber doch noch einiges. Ja, zum Beispiel? An den Strand am La Plata, wunderbar, als meine Mutter mal furchtbar nervös war, weil ich bin bei Eppe raus und bin da mit der Flut um die Wette gelaufen und die ist fast in Ohmach gefahren. Also solche Sachen, oder eine der herrlichsten Geschichten, die werde ich auch nie vergessen werden, wir hatten am Haus einen großen Weidenbaum. Da hatte ich natürlich als Kind, wie oben, so ein Ding gebaut, nicht? Ein Baumhaus. Die Schwierigkeit bei diesem Baum war nur, dass meine Eltern rund um diesen Baum einen Kaktusberg gepflanzt hatten. Und einmal bin ich ausgerutscht und bin richtig mit meinem Hintern, ja. Auf den Arsch gefahren. Aber wie in den Kaktusberg rein. Die Großen gingen ja noch. Meine Mutter saß, glaube ich, drei, vier Tage über meinem Hintern. Oh, das war solch. Ja, ist auch keine der schönen Erinnerungen. Aber die bleibt der Erinnerung. Natürlich. Mit neun sind Sie dann nach Deutschland gekommen. Das war dann 1938. War ja nicht unbedingt die günstigste Zeit, nach Deutschland zu kommen. Wie kam Ihr Vater auf die Idee? Mein Vater war schwer krank. Er hat das Klima nicht mehr vertragen drüben. Er hat das Klima nicht mehr vertragen drüben.